Urlaub während der Probezeit, Kollege, das kannst du total knicken. Solche Ansagen kommen immer wieder, beziehungsweise man hört davon, es wird berichtet. Schauen wir es uns an. Berechtigt, unberechtigt, wie ist die Rechtslage? Im Bundesurlaubsgesetz steht drin, du musst mindestens sechs Monate dabei gewesen sein, um den vollen Urlaubsanspruch dir erarbeitet, er dient zu haben. Das ist die sogenannte Wartezeit. Das stimmt. Daraus leiten jetzt manche Arbeitgeber ab, während der Probezeit hast du keinen Anspruch auf Urlaub. Das ist falsch. Wir haben nämlich während dieser sechsmonatigen Wartezeit einen Anspruch auf anteiligen Urlaub. Und dieser anteiligen Urlaub muss auch gewährt werden, sofern dem Arbeitgeber keine dringenden betrieblichen Gründe oder aber beispielsweise kollidierende Urlaubswünsche von Kolleginnen und Kollegen entgegenstehen. Wenn das nicht der Fall ist, hat der Arbeitgeber also entsprechend eurer Wünsche, euch den Urlaub zu gewähren. Und das gilt auch schon für den bereits erdienten Teilurlaubsanspruch. Ihr seht also, da steckt der Teufel im Detail, wie so oft. Ihr werdet hier aufgeschlaut, abonniert den Kanal. Wir haben immer wieder spannende neue Sachen für euch, die ihr hier lernt. Bis dahin, wir sehen uns, bleibt gesund und behaltet recht.